Denkst du, mir hält das erste Mal an eine Knarre an den Kopf? Ich werde mich noch verspäten. Und ich verspät mich nur ungern. Wo sind die Pakete? Was soll das? Fahren Sie los. Raus aus dem Wagen. Alle. Sofort. Keiner wird aus dem Wagen steigen. Fahren Sie. Dann bitte anschnallen. Er kommt. Wir brauchen mehr Männer. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Was hat dich aufgehalten? Ich musste ein paar Babys in den Schlaf singen.